Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, Sie mal wieder aus dem Volkstheater Rostock begrüßen zu können. Hinter mir die Bretter, die die Welt bedeuten. Sie sind jetzt leider leer. Das könnte fast symbolisch sein für das, was hier demnächst passiert, nämlich der Abbau der Schauspielsparte. Noch wird das verdeckt durch ein Modell, das nennt sich Hybridmodell. Herr Latschinian, haben Sie dieses Modell gelesen? Ich habe es inzwischen gelesen. Es ist ja völlig unabhängig von mir entwickelt worden und hat auch mich sehr überrascht. Es ist ja kein Geheimnis, dass es mich unangenehm überrascht hat. Inzwischen aber kenne ich es sehr genau. Man muss ja sagen, Sie sind als Intendant ja auch gleichzeitig Schauspieldirektor. Das heißt, Sie sind ein Mann des Schauspiels. Nun zieht man Ihnen praktisch unter dem Arsch, auf Deutsch gesagt, die Decke weg, also Ihre Existenzberechtigung, wenn man so will, hier auch am Volkstheater, also Ihre Gestaltungsmöglichkeiten, Ihr künstlerisches Feld, das ist doch perfide. Das könnte man so bezeichnen. Ich will es ein bisschen sachlicher versuchen. Natürlich bin ich letztendlich Geschäftsführer, einer von zwei Geschäftsführern und insofern ist man auch Geschäftsführer, egal was genau in dem Geschäft passiert. Insofern zieht man mir nicht alles weg, aber Sie haben schon recht, das Wesentlichste, die Seele, die hat man mir fast völlig genommen inzwischen. Also es ist ja nicht nur so, dass ich meinen Versuch, sechs Spatten zu etablieren, hier beenden musste. Also die Bürgerbühne, die begonnen wurde zu etablieren, gibt es nicht mehr, kann es nicht mehr geben. Das Figurentheater hat auch jetzt seine letzte Saison gehabt. Ich kann keinen Stapellauf mehr machen und ich müsste jetzt eigentlich, wenn es nach dem Hybridmodell geht tatsächlich in den nächsten Monaten meine komplette Schauspielsparte und viele damit zusammenhängenden Kollegen entlassen. Ja, nun war ich im Volkstheater, ja auch selbst. Ich kann also mitreden, habe jetzt fantastische Sachen gesehen, freue mich auch auf Feuerherz, also die neuesten Leiden des jungen Wertes. Das Stück ist jetzt über Monate ausverkauft, wenn man so will. Also wenn man jetzt diese zwei Jahre, die sie am Anfang eingefordert hat, noch mal so Revue passieren lässt, dann haben sie jetzt nach zwei Jahren eigentlich das erreicht. Ich habe auch Tanztheater gesehen, fantastisch, innovativ, das ist absolut vergleichbar vom Niveau her mit dem, was im deutschen Theater oder Tanztheater auch seinesgleichen sucht. Also absolut gut und gut besucht auch, habe ich den Eindruck. Warum dann jetzt diese Entwicklung in die andere Richtung, dass man im Theater noch mehr Substanz wegnimmt? Lieber Böhm, ich kann Ihnen natürlich auch nicht erklären, was ich selber nicht verstehe. Ich bin da zum Teil auch immer wieder aufs Neue entsetzt, welche Dynamiken das gerade nimmt. Und es ist offensichtlich so, dass ich tatsächlich zu spät gekommen bin. Es war schon vor meinem Amtsantritt wahrscheinlich zu spät. Es sollten ja tatsächlich zwei Sparten abgeschafft werden, egal welche. Nun ist es gelungen, das Musiktheater zu retten, den Chor zu halten, das Tanztheater wenigstens noch bis zum Jahr 2019. Aber dass ich nun das Schauspiel dafür opfern muss, das ist ein zu hoher Preis. Verlierer wird das Volkstheater Rostock sein, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer sein, wird die Hansestadt sein und Mecklenburg-Vorpommern. Das ist sehr bedauerlich. Nun sagt man ja, man könnte auch mit den Schauspielern, die noch bleiben, man will ja nicht alle Schauspieler gehen lassen, sondern vier Schauspieler stehen glaube ich drin, die bleiben könnten und dann hier in Rostock Theater machen könnten. Also Schauspieler. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen da mal ins Wort falle, lieber Herr Böhm, das ist ein Irrtum und nicht mal das ist möglich, dass hier vier Schauspieler aus dem momentanen Ensemble bleiben können. Es ist da vom kaufmännischen Geschäftsführer eine Marge von 2000 Euro berechnet worden für künftige Schauspieler und das schließt alle momentanen Schauspieler aus. Selbst im Moment die unkündbaren, also das sind Pläne, die sind eigentlich nicht wirklich durchgerechnet. Sie sind auch nicht wirklich durchgeplant. Sie werden nun trotzdem exekutiert werden und insofern ist es auch nicht so, dass vier der jetzigen Schauspieler weiterhin das sogenannte spätere Kernensemble bilden können. Und es ist auch nicht mal mehr so, dass sogar noch über Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater nachgedacht werden kann, was ich noch bis vor ein paar Tagen versucht habe, um hier noch ein Maximum an Schauspiel zu bewahren, sondern es geht im Moment in eine Richtung, dass es künftig eigentlich nur noch etwas Kinder- und Jugendtheater geben kann. Und das ist natürlich eine ganz neue Entwicklung, die mir ein weiteres Feld im Schauspielbereich entzieht. Und die Verkleinerung geht nun fast schon über in die Infantilisierung dessen, was hier dann selbst produziert nur noch möglich sein kann. Das Hybrid-Modell gibt es ja auch im Autobau. Da gibt es ja auch das Hybrid-Auto zum Beispiel. Da schaltet man auf Strom und dann schaltet man mal wieder um auf Diesel und wenn kein Strom mehr da ist, kann man sozusagen dann mit Benzin fahren oder wie auch immer. Jedenfalls so verschiedene Prinzipien, die sich dann einander bedingen. Wäre das nicht auch für das Volkstheater denkbar, so wie in der Automobilindustrie es vielleicht auch nicht funktioniert hat? Genau. Also mit Ihrem letzten Wort haben Sie das Wichtige gesagt. Es funktioniert ja auch in der Automobilindustrie nicht sonderlich erfolgreich ein Hybrid-Modell. Aber an sich hinkt der Vergleich, weil Theater ist natürlich ganz was anderes als Auto. Und dass man Theater versucht jetzt mit so einer Autoperspektive zu managen, ist natürlich auch schon Ausdruck von etwas, was ich fürchte, was nicht lebensfähig sein wird. Denn auch das ist ja bei Hybriden auch in der Natur oft der Fall, dass das eher Missgeburten sind, dass das nicht lebensfähige Varianten sind und dass das eben nicht totales Theater ist, sondern etwas anderes. Und es gibt meiner Meinung nach nur totales Theater oder Hybride, die nicht sonderlich lebensfähig sind. Deswegen macht mich auch der ganze Begriff sprachlos. Ich finde den nicht gut. Ich finde entsetzlich, dass sich die Hansestadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern nun fast auf so ein Modell geeinigt haben. Ich befürchte da weiterhin Schlimmstes. In der Hansestadt mag man ja diese Autovergleiche. Ein Bürgerschaftsmitglied hat ja auch gesagt, wir brauchen ja im Grunde hier auch kein eigenes Theater, weil wir bauen ja auch keine Autos hier. Aber trotzdem macht uns das Autofahren Spaß. Das ist natürlich ein Ausdruck äußerst der geistige Armut, wenn man so will. Aber gehen wir mal aufs Theater weiter ein. Was haben Sie dem Hybridmodell nochmals, wir haben es schon in vorherigen Interviews ja thematisiert, aber was haben Sie diesem Hybridmodell entgegengesetzt? Und was wäre machbar? Sie haben ja schon eingangs freundlicherweise relativ ausführlich gewürdigt, was uns in den letzten zwei Spielzeiten, trotz dass es keine zwei Spielzeiten unter ruhigen Bedingungen, wie ich es mir gewünscht hätte, sein durften, geleistet haben. Das hätte ich entgegenzusetzen. Ich habe immer gesagt, wir bräuchten dazu nicht mehr Geld. Es darf nur nicht weniger Geld werden. Dann hätte ich das fünf Jahre so weitergeführt. Dann wären wir auch jetzt schon weiter. Ich bin ja zweimal doch kräftig zurückgeworfen worden und jemanden, dem man immer die Beine stellt, von dem kann man auch nicht wirklich ernsthaft Weltrekorde erwarten. Trotzdem haben wir viele Erfolge geschafft. Wir könnten weiter sein und wir wären in drei, vier, fünf Spielzeiten, denke ich, sehr weit gekommen. So weit, dass man nicht mehr darüber diskutiert hätte, ob das hier schlecht investiertes oder gut investiertes Geld ist. Aber das hat man mir leider nicht gestattet. Und was ich jetzt machen müsste, das hat mit dem, wie ich hier gestattet bin, weswegen ich hergekommen bin und vielen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts mehr zu tun. Noch mal die Frage. Es gibt ja auch Anwürfe aus dem Aufsichtsrat heraus, die immer wieder ihren Führungsstil kritisieren. Man weiß ja selber als Leiter eines Unternehmens, dass man dadurch auch nicht frei von Kritik ist. Bei Ihnen wirft man jetzt Feudalismus vor. Natürlich kommt das auch von Schauspielern, die teilweise nicht verlängert wurden. Das ist ganz normal in der Branche oder sind Sie wirklich ein Dispot? Ach, also ich wundere mich über solche Beschreibungen meiner Arbeit. Ich halte mich für einen ganz freundlichen, teamfähigen, motivierenden Chef, der gern auch Kritik hört, der auch Kritik braucht, der übrigens auch selbstkritisch sein kann und der sich um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert, der ja deswegen auch so kämpferisch ist, weil er verhindern möchte, dass hier Entlassungen in Größenordnung stattfinden. Natürlich ist aber ein Theater ein Kunstbetrieb, der tatsächlich auf ein oder zwei Leitungspersonen zugeschnitten ist. Das ist überall so und das können einige besser ab, andere schlechter. Ich denke, dass es so viele Zuschauer gibt, die mir tagtäglich wünschen, dass ich hier durchhalten möge, dass ich hier weitermachen möge, dass ich hier nicht aufgeben soll, zeigt schon mal, dass hier ein Intendant geschätzt wird. Auch wegen seiner Art und Weise, auch wegen den vielen Begegnungen, die er mit dem Publikum hat. Ich nehme meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als welche wahr, die mich auch schätzen. Dass hinterm Rücken immer auch mal gehetzt wird, ist normal. Man muss als Chef auch den Mut haben, sich auch mal punktuell unbeliebt zu machen, aber mit unseren Premierenfeiern, unseren Betriebsfesten, der Art und Weise, wie wir unsere eigenen Probenpläne oder Besetzungen oder eben auch Absetzungen von Inszenierungen zelebrieren, Das ist ein sehr freundlicher Stil, das ist ein sehr herzlicher und auch menschlicher Stil. Ich muss hier niemanden unterdrücken. Ich habe genug zu tun damit, den Betrieb zu schützen, hier Kunst zu machen und mich um die Zukunft dieses Hauses zu kümmern. Aber das ist nicht immer frei von Reibungen. Noch mal ein Vorwurf, ein anderer Vorwurf, der geht ja dahin, der Spielplan für die Saison 2016, 2017 sei noch nicht fertig. An anderen Theatern sagen die Rostocker Theaterexperten, wäre es durchaus üblich, dass der Spielplan schon viel früher fertig ist. Was sagen Sie da? Alles in der Zeit, alles machbar? Ich finde diese Vorwürfe absurd und es ist ein ganz normaler Zeitplan, wenn man im Mai, Juni einen Spielplan kommuniziert und veröffentlicht. Das ist an den meisten Theatern im deutschsprachigen Raum so. Gerade erst vor zwei Tagen hat das Theater Vorpommern seinen Spielplan mitgeteilt. Wir werden das am 13. Juni tun. Letztes Jahr haben wir das durch meine Entlassung noch etwas später getan und das ging auch. Natürlich spielt die Erkrankung der beiden Geschäftsführer von etwa einem Monat da mit rein, dass wir es ein, zwei Wochen später erst schaffen. Sie haben jetzt auch die Finanzexperten aus der Stadt ins Theater hineinbekommen. Macht das Sinn, dass die Finanzexperten sich noch mal die Etats angucken und dann ein Stück weit mitregieren am Theater? Ich war Herrn Dr. Müller durchaus dankbar, dass er in der Phase der Erkrankung der beiden Geschäftsführer ein wenig geholfen hat. Aber es ist in der Tat so, dass wir ja seit Anfang April wieder zurück sind und dass wir da immer noch relativ intensiv begleitet werden, ist eigentlich nicht nötig. Und ich finde, da gibt es überhaupt insgesamt viel zu viel Einmischung im Volkstheater Rostock in allen Belangen. Also finanziell wie auch, wann ist der Spielplan fertig oder welche Stücke werden hier gespielt oder welche Stellen dürfen besetzt werden und wie lange und für wie viel Geld. Das sind eigentlich alles Dinge, die von der künstlerischen Freiheit eines Intendanten oder einer Geschäftsführung gedeckt sein müssten. Das ist ihr aber schon längst nicht mehr bekannt. Aber lassen Sie uns über Theater sprechen nochmal, weshalb die Leute natürlich noch ins Theater kommen sollen. Sie erleben ja vielleicht die letzte Spielzeit des Volkstheaters, wie es die letzten 130 Jahre bestanden hat. Deswegen nochmal natürlich Schauspiel auch thematisiert. Ein Stück ist das Feuerherz, wir hatten es erwähnt, seit Wochen ausverkauft. Die neuesten Leiden des jungen Wärters, Feine Sahne Fischfilet, die Punkband spielt da drin eine erhebliche Rolle. Was macht dieses Stück so stark und sehenswert? Das ist eben ein Angebot unseres modernen Volkstheaterverständnisses, eben auch im Schauspielbereich, dass wir da seit anderthalb Jahren, so lange dauern solche Dinge eben, hinter den Kulissen bemüht waren, ein Paket zu schnüren, das so attraktiv ist, dass das auch so eine alte Geschichte, auch besonders für junge Leute, aber eben auch weiterhin für alle Publikumsschichten attraktiv ist. Und dass wir hier möglichst eine volle Bude haben und eine tolle Stimmung und ein Alleinstellungsmerkmal, das es so nicht an vielen anderen Theatern gibt und geben kann. Und das hat sich blitzschnell rumgesprochen und davon hätten wir gern in Zukunft mehr geboten. Ich weiß nur nicht, wie ich das hinkriegen soll, ohne einen einzigen meiner Schauspielerinnen und Schauspieler oder Dramaturgen oder Ausstatter. Sprechen wir mal über die nächsten Wochen nochmal. Was gibt es hier zu sehen? Was gibt es an Schauspiel noch zu erleben? Wir haben ja im Musiktheater Pfalzdaf eine neue Inszenierung aufgeboten. Wir haben ein schönes Tanztheater, was wir sehen können, hatten wir schon gesprochen. Wir haben philharmonische Konzerte, auch die laufen. Was gibt es im Schauspiel noch bis zum Ende der Saison? Also neben noch einer spannenden Musiktheaterpremiere Candide in der Regie von Johanna Schall, einer spannenden Tanztheaterpremiere in der Regie von Katja Taranu zur Geschichte dieses Raumes. Café Colouré gibt es auch eine spannende Schauspielpremiere. Ab 10. Juni werden wir hier die Kooperation mit der HMT realisieren, sozusagen im Maschinenraum, also hinter dem eisernen Vorhang, der hinter mir sichtbar ist, werden wir eine Compilation sozusagen aus zwei Shakespeare-Stücken bieten, nämlich aus Sommernachtstraum und Romeo und Julia. Wir nennen das Werk Sex und Liebe. Und ich führe die Regie, Tobias Wartenberg macht die Ausstattung, zehn hochbegabte, hochmotivierte Schauspielstudentinnen und Schauspielstudenten spielen mit einigen Schauspielern des Ensembles gemeinsam diese Geschichte. Ja, was, wie gesagt, Sie haben es gesagt, naja, wie geht es denn weiter für Sie persönlich? Wie geht es denn weiter für Sie persönlich? Wie geht es denn weiter für Lachinian? Sie haben noch einen Vertrag bis 2019. Wie lange halten Sie das noch aus? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich würde meinen Vertrag gern erfüllen können bis 2019. Es sieht nicht so aus, als wenn das wirklich realistisch ist. Das ist allerdings auch für mich persönlich sehr bitter. Ich fühle mich selbst schon sehr hybrid. Ich muss vieles versuchen, distanzierter zu sehen, nicht so sehr an mich ranzulassen, professionell hier den Laden am Laufen zu halten, meinen Job so gut wie möglich zu machen, auch wenn ich spüre, dass ich ihn leider wegen äußerer Umstände längst nicht mehr so gut machen kann, wie ich es könnte. Der Vorgang, meine Schauspielerinnen und Schauspieler verabschieden zu müssen, ist für mich weiterhin undenkbar. Und wie die nächsten Wochen sein werden, das weiß ich selbst auch nicht. Ein wichtiges Thema in Rostock war jetzt die Bürgerbeteiligung. Von den Bürgern der Stadt, von der Bürgerschaft eingefordert, verkommt diese Bürgerbeteiligung ein Stück weit zu Fass, weil der OB schon gesagt hat, also der Oberbürgermeister hat schon gesagt, im Grunde Details könnte man vielleicht noch beeinflussen. Aber das Grundkonzept Hybrid-Modell, das steht und das werde ich so durchziehen. Trotzdem von Ihnen ganz klar der Aufruf an die Bürger der Stadt, sich zu beteiligen. Ja, das ist etwas, worauf ich in den nächsten Wochen eindeutig noch letzte Hoffnungen setze, dass wir dafür sorgen, dass wir diese Bürgerbeteiligung eben nicht zur Farce verkommen lassen, die sie jetzt zu sein scheint. Und es ist die letzte Chance, das weiß ich sehr genau, noch Schauspiel einzufordern, noch zu verhindern, dass hier nur noch Kinder- und Jugendtheater geboten wird, dass dieses Schauspielensemble, das ja ein Ausnahmeensemble gerade ist, aufgelöst werden muss bis zum Sommer 17. Und das sollte man deutlich fordern und dann schauen wir mal, ob das wirklich so egal ist, wie es dem Oberbürgermeister zu sein scheint oder ob es doch noch eine Energie ist, die produktiv sein kann. Also ganz klarer Aufruf, liebe Zuschauer, an Sie, nochmal sich an der Bürgerbeteiligung zu beteiligen. Das kann man über die Seiten des Rathauses. Wir blenden Ihnen unten nochmal den Link ein, wo Sie auf diese Bürgerbeteiligungsseiten kommen. Trotz der Tatsache, dass vielleicht schon alles in trockenen Tüchern ist, kann man dort trotzdem kraftvoll seine Meinung kundtun. Herr Lajina, wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg für Ihre Arbeit. Wir hoffen natürlich, dass wir Sie hier im Theater halten können und dass wir Sie hier im Theater wiedersehen demnächst. Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und hoffen wir, dass auch Schauspiel am Theater erhalten wird. Sonst bleibt uns, wie gesagt, vielleicht nur noch das Autofahren hier in Rostock. Aber das soll ja auch Spaß machen.